Willkommen zu einer weiteren Folge mit am Start unserer Rojo Immer noch während des Livestreams Selber Aufnahmesession Mund und fröhlich geht's weiter Allgäu ist voll betankt und wird schon wieder in die Startlöcher gebracht Aber den kann ich ja denke ich mal schon mal zum Kartoffelfeld bringen Welch? Dein LKW Das Kartoffelfeld wird als nächstes fertig sein So Äh Ne 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 Doch Ja Hier ist er ja Welch? Was? Ach der macht kurz schon ins letzte Feld Cool Ja Boah ist das Ding dreckig Äh Ja T9 ja Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ganz schön Ist jeden Teil hier unten Achso Okay Arja sagt Das heißt Anno Aufbau eines Königreichs Oder so ähnlich Ach Ist das Handy für PC Habe Äh Noch keins Muss noch eins kaufen Das ist ja auch gleich Ja wie läuft der T9 Immer besser Immer schneller Bist du da drinnen? Ja freilich Boah Schwimmst du auch mein Ohr spritz sitzen so wie du Weißt du Wie hä? Wie hä? Äh na von uns die ganze Zeit Ach ja höre Wieso so ich öffne Ich hab doch gerade erst angefangen dich zu ärgern damit Komm auch nicht wo Was? Ah ich ärgere dich noch nicht? Na dann musst du erstmal loslegen jetzt Hm Na was? Äh Ne Brauchst du mich? Sicher? Ja Ich wollte gerade loslegen du Ja Nein Brauchst du mich Oh du weißt ich ärgere dich gerne Das weiß ich auch Äh Ja 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 Ich guck gerade welche Maschine schon gereinigt werden kann Aber die sehen alle noch gut aus Und die die dreckig sind die müssen dann noch ein bisschen arbeiten Also kann ich jetzt da auch noch nicht Ja die erste die gereinigt werden kann ist dann der T9 hier Unsere äh 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 Kraftbrottsau hier der New Holland Hm ja der ist der Der hat's bitter nötig nur als nächstes wäre dann auch nur noch der Dümme Streuer dran Hm Der der Drecker ist sau dreckig aber das Gerät hinten ist noch Richtig sau Och merkwürdig ne Ja Kräuter das müsste ja dreckig sein Kräuter dadurch weil das ja Nun nah hinten dran hängt müsst ihr auch ne Menge Schlamm dran spritzen und so ne Schlamm also beziehungsweise Erde Eigentlich schon Eigentlich schon So äh Was meinst du mit oh mein Gott Maria Wissen Wart mal wir machen jetzt mal folgendes Und gern Wumann bis Die Wunderschön Wunderschön Die Wunderschön 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 Die racistischen Die ganze Zeit gemacht mit einem Wasser Ja für die Knö Ich schaue mal Die Anhängen mit denen Ja Ok wasser auffüllen ok reicht wird ja die werden hier ganz schön dreckig stilmaschinen maria wo und ich bin echt gespannt wie das dann mit dem neuen wort was dies jahr im oktober war das glaube ich rauskommt aber sind wir das nicht und 17 oktober und der 27 27 kommt ja ein neues forming simulatoren 2017 wird roh und ich definitiv auch let's play und wir sind noch mal gespannt wie das dann wird das ist ja noch mal krasse erneuerungen drin wir spielen das hier gerade aktuell mit menge mods um die mods kümmern sich roh und erkennt sich da besser aus ich hatte ich auch schon selbst drin ist es träge schon vor der kabine dass der mutige so fußstab da er macht auch spaß maria das ist schon ganz geiles gehen weil die halt dann das neue was dann rauskommt im oktober ist jeder mal gespannt wer was das da noch besser ist ja noch als wie es überhaupt ist nicht nur was besser ist sondern überhaupt wer leckt es gerade an wem leckst du das verrate ich dir nicht warum nicht ist auch bloß du hast die hex gefunden ne an wem leckst du dann fahrt ich nicht roh du altes ferkel lässt du die kühe in ruhe fahrt ich werde mir hier noch gleich ein bisschen auftan auf war ungefähr noch zweimal das treiben höchstens drei mordern ob es geschafft so ok auch so ein lenkrot für ls 17 fragt mich auch ob es da neues geht ob man dann das von ls 15 nehmen kann ja das wäre auf jeden fall interessant zu wissen ob es da auch wieder neues lenkrot geben wird auch so ein lenkrot wäre schon ganz cool bei dem spiel also das stelle ich mir noch nicht richtig geil chillig vor das stimmt eingepackt da kann sich ja dann echt geil zurückgehen in dem sessel und dann gemütlich lenken da muss und gleich geschafft in den Feldern ja ich habe eine Tickermaschine angeschmissen ja immer muss man noch ja ja da lässt er kurz so ein kleines fleckle frei ja vielleicht fährt auch was blöd wird so wenn du äh 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 jetzt ein düngerstreuer anhalten musst dann ist alles schick und für zuschauer was geht was geht jetzt ab wie geht es euch schön das eingeschaltet habt es kommt ja jetzt noch mal derzeit müssen ist ja der also nicht er die sehmaschine die sehmaschine ist laut helferle fertig ja laut deswegen es wird sich warum cloud ist es gerade ja ich kümmere mich jetzt tun ja macht das nach ja bremsen senken wollen wir und das sehmaschine anschalten ja wie leck das an wem leckst du schon wieder ich nicht sicher du lutschst am lenkrad von dem traktor da hinten werden deswegen ist ja ausreicht zu sehen maschinen abschalten sehen maschine zu klären ja auch die innausstattung aus ls 7 unjordig zum kuhl ja passt doch beide fahrzeichen dass wir jetzt noch mal fährt das ausreichend glaubt er hat erfährt das ist eine kraft soll der dinge gefällt mir ja es gibt ja noch bessere ja ich weiß aber der hier ist ja schon echt geil könnte man ja ähm zum ganz großen teil für die große sehmaschine für die rüben nehmen den ganz ganz großen oder was ja ja bis dahin müssen wir auch schon versuchen den kredit abzahlen zu zahlen ne der kredit ist schon abgezahlt komplett ja cool deswegen hab ich noch zu dir gesagt äh gib mir noch ein bisschen geld und dann kann ich den kredit abzahlen den kredit hab ich jetzt komplett abgezahlt wir sind jetzt bei null der traktor sah gerade breiter aus als die straße breit ist laut innenansicht das wirkte gerade etwas komisch der helfer hat ein bisschen was freigelassen ich fahr den ich lasse ihn jetzt noch mal mit der helfer runter holen und dann ist er fährt auch fertig ja wunderbar und dann müssen lass uns erstmal noch in ruhe die maschinen sauber machen, oder? ja, es können auch nicht dabei machen es dauert wir so ein bisschen bis die Kartoffeln fett sind meinste? ja, freilich ach quatsch warte ich ich mache es weiter schneller so hast du eigentlich schon mal nach die Kühe geguckt nachdem wir da die Menge erhöht haben ob die jetzt glücklicher sind? ja so Motor aus Handbremse an aussteigen so jetzt machen wir eine Runde Erotika wasch hier fangen wir auch schon mit dem Hänger an hier bist du lucky? ja äh ok das sehen nur nicht meine Zuschauer weil du spielst das ja aus der aus der Ego Perspektive hab mich extra ganz schnell ausgezogen während ich hier gerade auf dem Weg kehren war weißt du? äh ja 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 aber ich brauche das nicht zu sehen ne? wieso nicht? hm ne muss ich sagen ne hallo wir haben doch eine Firma zusammen du musst mich doch dann einseifen und ich seife dich dann noch nebenbei mit ein ach ja schon vergessen? unsere Absprache daran kann ich mich nicht haben wie du an den nassen äh an den nassen Schwamm dann äh zutscht und so? ach nein nein wie nein hast du vergessen? ja ich hab das alles vergessen na dann ganz sehr froh sind dass dich grad nochmal dran erinnern oder? oder? ich parke aber wie? das ist ein off-for-unfall nein das ist ein off-for-unfall das ist ein off-for-unfall da ist kein platz mehr na ja na ja geht nicht fahren sie zurück da bin ich aber nicht mehr auf dem platz hier hey jetzt ist ja auch erstmal der hier dran so bin ich zurückgebrochen reicht das? nein weiter 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 noch weiter? ja nein noch weiter? ja nein noch weiter? jetzt? ja noch weiter noch weiter jetzt muss ich erst mal hier schortenskontrolle machen und sauber machen sieht gut aus ja noch ne ne ich wollte gerade wegfragen ja ja ok ellepäts ellepäts so erstmal ein bisschen waschen aber das muss das in der nächsten Folge machen wir so folgen in der robo ja pass auf ich muss das ding noch bedanken nach dem nächsten Folge jedenfalls nächsten Folge da was meint was meinst du mit or i maria? auf den chat gucken und dabei traktoren ist nicht gut hm so jetzt tu arsch mal hier öfft danken öfft danken öfft danken ah genau weil du am 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 schwamm zutschen wolltest das meint sie hm oh jetzt kannst du abmoderieren ne du hast allen moderiert was ich? ja echt jetzt? ja ok dann liebe leute das war's wie heute heute wenn es euch gefallen hat lasst doch einen kommentar da daumen oder abert alles wir bedanken uns was zu sehen und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss 20 20 23 22 23 24 24 27 27 29 30 30